hallo und willkommen zu den afriker superländer so erst mal sind wir in den fahrstuhl gestiegen dass wir lernen wieder und sind wahrscheinlich wieder in unserem bett und dann wird alles noch verrückter als es eh schon war für das fünf wecker hier sieht alles normal aus wie sagen wir einen raum das war da immer so ein wartungsgang oder so das ist noch relativ normal wir haben ja normale räume hier was ist das teil der festgetag hat ist genau so wie der da schicke ja nie mitnehmen ich habe die türe noch musik umschalten ja Das ist eine Sache, was ich hier halt mache. Oh leil, wenn ich quasi rotiere, dann geht das zurück. Kann ich jetzt dasselbe jetzt oder was? Aber warte mal, kann ich? Darüber kann ich wahrscheinlich nicht, aber kann ich darüber? Ne, ich muss hier aber vielleicht muss ich doch darüber, denn sonst muss ich so eine Treppe hier zusammenbauen. Naja, okay, der ist ja sehr dunkel, huhu, mein Lieblingsszenario, Dunkelheit. Das hält, ne? Perfekt. Gute Treppe auf jeden Fall. Halt ich eben auch schon so ein Smiley, jetzt mal aus, fängt mal so auf. Also Smiley geworden, da ist wieder ein Kreis, lol. Deswegen warte mal, da war es irgendwie ein Smiley. Wir haben nur riesigen Apfel, der da drauf steht. Was soll ich mit dem Äpfel machen? Doch, was soll ich mit dem Äpfel machen? Okay, äh, doch, was soll ich sagen? Muss ich schon den Apfel darunter kriegen, kriegen wir wieder einen Apfel. Ist das jetzt auch so ein Klonapfel? Ja. Da ist ein Ventilator, der hinten bläst aus irgendeinem Grund. Das Treppe, da ist das Ding. So einfach. Okay, warum war der Ventilator da? Warte mal. Kann ich jetzt den Ventilator anbringen? Da fliegen wir einfach nur weg, ne? Naja. Warte mal. Warte mal. Wir müssen die Präzise auf dem Planen. Dr. Pierce ist frantically submitting numerous Spelling und Grammar mistakes in die Standard Orientation Protocol in einem in einer versucht zu retten, um Sie zugekarrt. Ich habe keine Subroutine um diese Fehler zu erreichen, aber ich kann nicht die Integrität des Standard Orientation Protocol. Sie werden keine Zonen bekommen. Sie werden keine Zonen bekommen. Sie werden nicht einmal so tun. Ich dachte das war was er war. Ich kann ja schnell sein über eure Aufdruck und die Scherzen aber untergefallen und fertig. Oh ein Fahrstuhl. Der kann auf jeden Fall gut reden. So, der Bild ist so dem Stand da. Okay wir haben einen komplett anderen Gang hier. Damn it. Das ist ein Haus. Das Haus muss aber bestimmt groß werden. So wie es auf jeden Fall weiter aussieht. Was ist das Schlaushaus so groß zu machen? Warte mal. Das ist auch Menschengröße. Aha. Passt ja auch gerade eben so durch. Wie in einem anderen Haus. Was ist das hier für ein Raum? Okay. Jetzt müssen wir größer werden. Viel größer. Aber wir sind zu groß. Jetzt müssen wir kleiner werden. Was passiert hier? Ich bin im Haus drin. Wie reicht das? Ist das schon wieder zu groß? Was? Ich glaube, ich kann das durchwärts hochgehen. Okay. Passt ja. Was? Ich bin der Herr Glenn. Ich bin der Herr Glenn. Ich bin der Herr Glenn. Da oben ist die Treppe. Das ist so ein ähhh. Wie heißt das? Spiel nochmal? Egal. auf jeden fall könnt ihr wahrscheinlich umwerfen aber ich brauche es mir was das überhaupt aufheben können natürlich hier wir pusten sie um das ist doch schön okay Jetzt bitte rein. First thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shall of human nature or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Okay… I guess that'll just hit her on. das ist eine Tür ich kriege es so hoch, dass ich nachher hochlaufen kann, wenn ich wieder runter gehe oder? so, ich habe es noch kleiner gemacht ich möchte immer kleiner oder größer oh doch, oh, warte mal dann rotieren wir das, es wird auch rauskommen das war als Zufall wir müssen noch kleiner machen war auch nicht zu klein das war aber Zufall, dass ich das rausgefunden habe aha ich bin ein bisschen kleiner, ich hoffe, es macht nichts ich sehe so eine Tür, die uns quasi wieder normal groß macht und verbessere das System für zukünftige Patienten Herzlichen Glückwunsch! Anyway, du bist jetzt in die richtige Richtung und wir sollten das emergency exit-protokoll inizieren können ich muss jetzt kleiner machen und dann da oben rein stellen, glaube ich he he oh aber hier war wohl die falsche Seite, wo ich rausgegangen bin hier wurden die andere Richtung laufen sollen das ist alles das Stau scheiße, ich würde die Tür näher an mir ran holen ich weiß, es wird ja noch kleiner, wenn hier durchlaufen wenn hier links, dann ach du scheiße okay okay ich kann hier gerade sagen, da hat ja schon eine Türe sehen sie mal aus ach, geh nochmal für einen Fahrstuhl und aha wieder auf jeden Fall nicht mal nicht unser Standardgang hier ja ja jetzt kommen wir wieder ins Blut auf einmal das war es so schön jetzt vor uns zuletzt hey hey wake up auf da hier hier genau was ist ja jetzt schon da Sache das ist ja hier 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 also du bist du hier Ja, bitte mal, ey. Der Schalker hat sich zurückgesetzt. Ey, mal geht's dann weiter. Oh mein Gott. Hä? Ähm, what the? Shit, äh, was? Okay, bitte, dass es solche Räume nicht nochmal haben. Ist das scheißlecker. Nein, ach komm. Hä? Oh, lass mich hier raus. Ja, wir werden ja was übersehen. Was für Geräusche, die hier kommen, was soll das? Was mach ich jetzt hier? Alles zu. Auch zu. Hier sind wir. Ich kann ein Bild mitnehmen. Gibt es hier oben irgendwas, wo ich rauskomme? So ein Duftschach oder so? Ja, die Dinge. Was mach ich jetzt mit dem Bild? Hier ein Luftschach drin. Ach so, ein Kleiner hat er war. Die mach ich halt nicht. Ich mach eher einen, wo wir durchkommen. Ist ja auch ein Bild, warte mal. Ist ja auch eine Tür drin an den Bildern. Ich kann ja gerade gar nicht mehr das Bild aufnehmen. Ist das vielleicht eine Tür? Bewegt sich auf jeden Fall dann da. Warte mal. Komm ich da durch? Oh, lol. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Peers. Danke, dass du das Somnusculpt-Standard-Orientation-Protokoll konzentriertest. Bevor du die erste Phase der Therapie beginnst, würde ich kurz beschreiben, die finite und fragile Natur des Traumstates. Alter, weil das, äh... fehlt mein Kopf jetzt einfach richtig. Okay, das ist jetzt geradeaus. Ich weiß nicht, ob die Tür ruhig hin muss. Na, da bin ich durchgekommen. Ich weiß nicht, wo ich genau hin muss. Ich weiß nicht, ob ich da was aufheben. Wenn die Tasse drückt, möchte ich da ja was ändern. Hä? Okay. Geh auf. Warte mal, was ist das hier? Okay, ich verstehe das nicht. Mal wieder, was ich hier machen muss. Ich weiß nicht, ob ich da was aufheben kann. Ich kann mal füllen. Ich hab dich gleich hinterher die Anabrücker, nur, dass sie wieder leer wissen haben. Aber ansonsten... Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas aufheben kann oder so. Oder kann ich wohl, wenn ich die Tüte aufheben kann? Wow. Hä? Okay. Ich weiß nicht mehr. 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 Ich weiß nicht mehr, dass es nicht mehr Aufgaben stattfindet. Ich weiß nicht mehr. ein bisschen ausgetrickst. Ich weiß, dass wir hier ausrichten sollen, wenn ich das so stehe. Wir wissen nur, ob wir geformt werden. Okay. Das heißt... Okay. Was haben wir für Musik, ey? Für TF. Ey, das Bild ist jetzt weg, was das sonst immer ist. Okay. Okay. Jetzt geht es doch einmal darum. Ist klar. So. Okay. Und warum machst du das manchmal halt schlägen und manchmal Bomben? Was ist damit zu tun? Das System ist eigentlich zu einem Tal laufen. Jetzt bin ich nämlich wieder nach der 1. Ey, mal anfangen ist ja dasselbe. Der Wasserbereich ist der Burg. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Also, hä? Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Was hat das geklingelt? Was hat das geklingelt? Halte 2. Halte 3. Weißer gesagt, der soll jetzt hier hinlaufen, aber hier ist ja nichts. Hä? Was ist das jetzt hier schon wieder? Hä? Was ist das jetzt hier schon wieder? Hm. Das Aufheben ist ja auf jeden Fall wieder nichts. Äh, aber irgendwie verstehe ich ja wieder nichts. Was dich denn hier machen, weil ichывают nicht wie das da, denkst du? Ich kann ja so, wir haben es ja nun wieder da, denkst du auf's … Das ist jetzt ein Fall, wie der hier nach da zeigt. Ich komme hier eigentlich nicht weiter auf eine Art oder andere. Und wenn ich Filme kann, dann kann ich auch nichts machen. Dieser muss aber immer so bingen und immer büüü so büü. F образ chamarie rein. Das ist aber auch immer auf der Seite. Okay. Was ist denn auf der Seite auf einmal? Hä? Ja, das ist es auch und jetzt kommt 3. Und bei 3 zeigt er irgendwie die Richtung an. Das ist einfach falsch, das ist eigentlich auch. Wir fangen hier bei 1 an. Spiel, ich brauche einen Hinweis. Ich weiß nicht was ich machen muss. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht warum ich hier, das ist irgendwie falsch oder so. Dann nochmal. Dann ist er auf einmal richtig da. Dann erst einmal hier die Richtung. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was ich jetzt machen soll. Ich mache jetzt aber mal Folgenende. Dann kriege ich die nächste Folge nach. Ich rachs gerade nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau.